Ne, immerhin die erste unterm Arm und schlägt mal langsam einen Hieb zu mir. Ich bleibe ihn mit einem Schild an, er schlägt einen Hieb zu mir. So, und meine Überbindung funktioniert nicht dadurch, dass ich die Waffe hier zur Seite drücke. Das ist super gefährlich, weil ich hier eine Riesenlücke aufmache. Meine Überbindung funktioniert dadurch, dass ich meine Schneide gegen seine Fläche drehe. Okay, also die Überbindung beginnt mit einer ganz kleinen Drehung der Klinge. Die Rapierfechter hier, die dürfen im Verlauf des Wochenendes immer mehr Parallelen zum Rapierfechten feststellen. Ich schlag mal mit der Langschneide. Halbschild fliegen. Der erste Huch, ich habe ihn angegriffen, das Halbschild. So, hier kann man es wirklich wunderschön sehen. Ganz kleine Bewegung. Und das ist ein Prinzip, das könnt ihr mit nach außen nehmen und in die Wand hängen und einrahmen. Schneide ist stärker als Fläche. Und um das alles sauber ausnutzen zu können, müsst ihr im Grunde auch saubere Bindungen haben. Das heißt, um überhaupt an dem Punkt zu kommen, wo wir die erste Seite von einem gegebenen Fechtbuch aufschlagen, müssen wir erstmal gelernt haben, anstrengend zu zuhauen. Und das ist ein ganz großes Manko in unserer Szene. Die wenigsten kann das. Das gilt für das lange Schwert natürlich ganz genauso. Also wenn ich, das ist vielleicht egal, ob ich den Punkt in der Wand habe oder ob ich so zu meinem Gegner schlage und dann das Winden beginne. Oder ob ich so zu meinem Gegner schlage, dass das Schwert also praktisch schon in so einem Blick durchgeht und dann das Winden beginne. Gut. Mit diesem unglaublichen, faszinierenden Wissen geht ihr zurück zu eurer Übung und ihr übt jetzt bitte wieder den Oberhau. Der andere macht erstmal noch nichts.